Hallo und herzlich willkommen im Fliederwald. Ich bin zwar nicht so der krasse Waldfluencer wie der Ben vom Kanal Ein Mann im Wald, aber ich stelle mich heroisch seiner fünf Bäume in jeweils 10 Sekunden Challenge. Nur nicht im Wald, sondern bei mir im Garten. Also hinter mir einmal Sommerlinde und einmal Fichte. Und mit dem dekorativen Einhorn im Vordergrund, beziehungsweise mit dem beiden dekorativen Einhorn im Vordergrund, einmal Feldahorn. Und außerdem noch einmal Schwarzkiefer, Pinus nigra austriaca. Und nicht zuletzt einmal die Waldkiefer, Pinus silvestris. Ja, also bin ich auf einmal das nächste Mösser Challenge-Auto. Muss wieder einmal 1. April werden, also habt ihr ein Jahr lang eine Ruhe von mir. Danke fürs Zuschauen. Und auf einmal, Wilson morgengeist und nimmt uns kurz viel und Apostelool entgegart Satan Glanz. www.r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r.t. Vielen Dank.